Hochkick. Ich werde von hier ausdrehen, als wenn wir den Sidekick bringen, den wir ja schon hatten, aber da stufen wir ja von hier praktisch gerade raus mit dem Sidekick. Und hier kommen wir jetzt, beim Roundhousekick werden wir praktisch von der Seite von außen kommen, aber hier kommen wir noch von der anderen Seite. Der Ansatz ist wie gesagt derselbe. Ich gehe bloß in die Strecke jetzt ein Drittel vor dem Ziel, bringe ich das Bein raus und dass ich ins Ziel strecken kann. Ich schnappe dann hier, ziehe den Oberschrittel schön mit durch. Vorbereitenden Ansatz. Wenn es eine sportliche Auseinandersetzung ist oder mit Partnern oder wenn wir zusammen trainieren, dann bringen wir den Fuß lang nach vorne, so dass wir hier mit der Fußsohle treffen und wenn wir hart kicken wollen, dann eben mit der Ferse. Dann treffen wir hier mit der harten Ferse, ne? Ja. Okay. Und wieder nach hinten, eben hinten. Dann etwas weiter noch von außen kommen, dass du dann ins Ziel strecken kannst. Genau. Super. Super. Klasse. Hätte ich gar nicht erwartet. Am Oberkörperblatt auch schön aufrecht, so weit es möglich ist, das ist gut. Klasse. Ja. Nur im Auftrittpunkt dann hier strecken und den Oberschenkel mit durch. Nicht nur den Unterschenkel, sondern um zu schön durchziehen. Gleichmäßig. Klasse. Super. 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 Super.